Liebe Kieler Unternehmen, die Initiative Kiel hilft Kiel hat ein rasantes Echo nach sich gezogen mit einer unglaublichen Hilfe für die Kieler Wirtschaft. Heute wollen wir ein neues Produkt schaffen. Wir werden einen digitalen Marktplatz in Kiel schaffen. Gemeinsam mit Open Campus können Sie digital bestellen, digital bezahlen und lokal sich mit einer nachhaltigen Logistik die Ware in Kiel liefern lassen. Und Sie, und das ist mein Dank als Wirtschaftsförderer, zeigen damit Ihr Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Kiel. Vielen Dank und sagen Sie es weiter im Sinne des Wirtschaftsstandortes Kiel.